Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 6. April bis zum 8. April 2018. Heute ist es bundesweit sonnig, dabei werden 10 bis 13 Grad in den Küsten erreicht, 15 bis 19 Grad im Südwesten und 11 bis 16 Grad im Rest des Landes. In der Nacht wird es bei klarem Himmel nochmals mit 1 bis 6 Grad frisch, dabei ist es im Nordosten kühler, im Rest des Landes werden 3 bis 6 Grad erreicht. Der Samstag lädt gut zu einem Familientag ein, man könnte auch sagen, dass er einfach nur perfekt ist. Es bleibt sonnig, nur ganz im Westen können ein paar harmlose Quellwolken auftreten, die bringen keinen Regen. 14 bis 17 Grad werden an der Küste erreicht, 16 bis 20 im Osten, bis 23 im Westen und 18 bis 21 werden im Süden des Landes erreicht. Zu Sonntag bleibt es klar, vom Westen her kommen Wolken, die auch teils etwas Regen bringen, 4 bis 9 Grad werden in der Nacht erreicht. Im Bayerischen Alpenvorland können auch bis 0 Grad erreicht werden, da kann es zu leichten Bodenfrost führen. Auch der Sonntag hält was er verspricht, es wird nochmals sonnig bei 19 bis 23 Grad bundesweit. Vom Westen her können aber ein paar Schauer auftreten, dort ist es auch etwas wolkiger. Der Trend vom 9 bis 13.4. Montag 16 bis 22 Grad, Sonnig im Westen und Südwesten Schauer. Dienstag 12 bis 21 Grad, wolkig bis heiter, Schauer mit Gewitter von Westen. Mittwoch 12 bis 20 Grad, wolkig. Aus Südwesten her Schauer mit teils kräftigen Gewitter, an den Küsten bleibt es trocken. Donnerstag 14 bis 21 Grad und Freitag 15 bis 22 Grad. Das hält sich auch noch ein bisschen, laut den jetzigen Modellen. Es kann also getrost weiter frühlingshaftes Wetter genossen werden, mit teils ein paar Regenschauern und auch ein paar Gewitterchen, das gehört einfach dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und genießt das solchliche Wochenende. Bis dahin, Tschüss!